Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 359, heute mit dem Ausblick auf WWE TLC 2020. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host bei mir. Da ist, wie immer, bei den aktuellen Themen der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ich hätte ja fast gesagt, der Head of the Table. Wäre gut. Dann würde ich mir dieses coolen T-Shirt zulegen, würde dir immer sagen, so Olaf, da, der geht mir auf den Sack, mach den mal kalt. Mach den da mit da mal alle, komm, mach den lang da. Dann läuft der irgendwo lang, du klatschst dir mit dem Stuhl von hinten dreimal oben und sagst, ja, gut so, gut so. So in der Art und dann stellt der dann seine Freunde vor, die Tische und die Stühle und die Leitern auf ganz unangenehme Art und Weise. Naja. Auf jeden Fall blicken wir heute voraus auf TLC, steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag und hat so ziemlich das langweiligste Poster-Artwork, weil ich das lang gesehen habe. Deswegen muss ich sehr lange basteln, bis ich ein fünftiges Thumbnail gefunden habe. Bislang sind sechs Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Samstag um 10.30 Uhr auf. Es gibt noch keine Kick-Off-Show und ich weiß nicht, Kai, ob du es gesehen hast, es war ja The Rock für Talking Smack angekündigt und alle haben ja erwartet, oh, jetzt beginnt der Aufbau für WrestleMania und mit Roman und so. Aber dann hat The Rock einfach nur über seine eigene Charakterentwicklung damals gesprochen, wo er vom Babyface zum Heel geturnt ist und wie sich das entwickelt hat. Also ein Roman Reigns wurde noch nicht mal erwähnt. Schade eigentlich. Ja, ach. Also ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen dieses Smart-Mark-Gehoffes, oh, jetzt passiert's, weil ich irgendwo mal irgendwie gelesen hab, die kämpfen bei WrestleMania gegeneinander. Und dann ja. Ja, und man braucht ja momentan Quote. Wir sind in der Woche mit dem schlechtesten Raw-Rating aller Zeiten. Es heißt, es soll Reaktionen geben. Die Reaktionen gab's jetzt bei SmackDown logischerweise noch nicht. Und deswegen bin ich umso gespannter, ehrlich gesagt, auf kommende Woche, die Woche nach TLC, weil es heißt ja, da soll was passieren. Erwartest du dir da was? Das Schöne ist, es wird jetzt ja auch so überall geteilt auf den ganzen Wrestling-News-Seiten. Das ist jetzt ja zwei Jahre her, seit dieser tollen Promo von Shane, Vince, Steph und Taker, wo es dann hieß, wir geben euch, was ihr wollt. Yo, Spoiler, haben sie nicht. Und jetzt intern anscheinend, auch wieder gerüchtemäßig, wird ja so ein bisschen der Royal Rumble als Turning Point angepeilt. Das USA-Network ist ja anscheinend nicht so erfreut über die Quoten, wie man sich vielleicht denken kann. Schreit, so wie es sich anhört, nach mehr Erwachsenen-Content. Also jetzt nicht dieser Ficky-Ficky, lass mal geile Frauen rumlaufen, sondern eher so ein bisschen in die härtere Richtung, in die aggressivere Richtung. Ist ja auch so ein bisschen das, was wir uns eigentlich immer wünschen. Mein Problem ist aber, selbst wenn es in die härtere Richtung geht, ich habe immer so das Gefühl, WWE kann nur so in Extremen denken. Wenn jetzt gesagt wird, ja, die wollen was Extremeres, dann haben wir jetzt jede Woche vier Hardcore-Matches und in jedem Jahr spluten alle komplett. Also es ist immer so ganz oder gar nicht, habe ich im Gefühl. Also ich bin da noch ein bisschen pessimistisch, wie man vielleicht raushören kann. Gar nicht. Ich glaube, was man hier machen muss, ist, dass man vor allem erwachsene Storylines macht, dass man auch endlich mal wieder Charaktere schreibt, die sich weiterentwickeln und die auf Storylines auch verändert wieder rausgehen. Wenn du dir gerade Raw anschaust, alle Charaktere, nicht alle, ich übertreibe das natürlich auch ein bisschen, aber sehr, sehr viele Charaktere haben wir so schon vor zwei Jahren gesehen, haben wir so schon vor drei Jahren gesehen. Klar, hier und da gab es dann so mal gewisse Schwankungen nach oben oder unten, aber grundsätzlich passiert da nicht viel. Und deswegen fühlt sich auch das In-Ring-Geschehen, was ja durchaus okay ist. Es ist ja nicht so, als ob das alles Wegwerf-Matches wären, aber dadurch fühlt es sich halt eben langweilig und unbedeutend an. Und da muss man ansetzen und da muss man gucken, dass man das wieder auf eine andere Basis stellt. Erwachsener Content ist das eine, aber ich glaube auch vor allem, dass man da im Storytelling und im Charakter-Development einfach was ganz, ganz anderes bringen muss. Das ist ein bisschen mein Hauptproblem. Also ich finde gerade bei Raw, also da fällt es mir noch viel, viel krasser auf, du merkst, dass die Shows von Woche zu Woche geschrieben werden. So, da ist kein roter Faden. Du merkst nicht, da wird irgendwas verfolgt und aufgebaut, dass wir dann da landen. Das ist maximal so, ja, die kämpfen jetzt bei TLC gegeneinander, wie kriegen wir die Wochen voll? Und so fühlt es sich an und wenn du das merkst, ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Ich wollte gerade sagen, schöne Grüße an das Hurt Business und wen haben sie nochmal jetzt? Jetzt gerade ist es New Day, aber es war auch Hurt Business und Apollo Crews und ist das Gleiche mit Retribution und keine Ahnung was. Genau, da habe ich gerade New Day vergessen, es tut mir leid. Kurzer Aussetzer hier am frühen Samstagmorgen, Mittag, wie auch immer. An der Stelle, bevor wir jetzt hier einsteigen, noch ganz kurz gehen ein paar Grüße raus. Zum einen an unsere Legenden-Supporter, da sollten jetzt bei ganz vielen ein paar kleinere Weihnachtsüberraschungen eingetrudelt sein. Die Mützen. Von einigen haben wir schon Fotos bekommen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit, ihr habt warme Ohren damit und kommt gut durch. Durch die Winterzeit, sofern wir dann irgendwann einen Winter bekommen. Und Grüße gehen an der Stelle auch raus an die Leute, die uns nochmal als Jahressupporter hier unterstützt haben. Und das sind namentlich Martin, David, Gritt, Dominik, Nils und der Matthias. Dankeschön an euch, dass ihr uns unterstützt habt. Dankeschön. Das ist wirklich supergeil. Allein dieses Vertrauen. Ja, hier, komm, wir bezahlen jetzt für ein Jahr und wir sind ein Jahr bei euch quasi. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, auch zwischen den Jahren und zu Weihnachten werden wir natürlich einiges hier liefern. Morgen gibt es erstmal hier im Freefeed nochmal die Weihnachtsgale, so nenne ich es einfach mal. So ein kleiner, ich nenne es mal an No-Holes-Bart erinnernder Weihnachtspodcast. Den werde ich dann am Sonntagmittag hier online stellen. Die bekommen nächste Woche natürlich dann noch die Review hier zu WWETLC, wie sich das eben gehört. Und dann haben wir zwischen den Jahren auf jeden Fall auch noch ein Watchalong, wahrscheinlich noch ein zweites Watchalong. Wir haben die üblichen Formate, die wir da eben auch haben. Und hier im Free-Bereich haben wir dann auf jeden Fall auch den Ausblick auf das kommende Jahr natürlich und den Rückblick auf das vergangene Jahr. Wir haben Rawcross Smackdown, was ja auch dann nach TLC erscheint. Deswegen habe ich ja auch gerade so darauf abgespielt, Kai. Ich hoffe einfach, dass nach TLC jetzt was passiert und dass wir dann nächste Woche bei Rawcross Smackdown hier sitzen und sagen, Mensch, cool, endlich hat sich mal was getan. Nee. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, nee. Nee. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es einfach, also ganz ehrlich, ich mache auch, glaube ich, Rawcross Smackdown nur, um mit dir über das Metal-Gimmick zu reden. Das ist so mein, das treibt mich an. So sagen, Olaf, so eigentlich Thema Bro-Nuts, wie stehst du dazu? Alter, mein Baby-Bro da. Also, das Ding quält mich so dermaßen. Es quält mich. Es heißt ja, Vince McMahon soll einen Matt Riddle witzig finden. Aber mich quält diese Charakterentwicklung da bei einem Matt Riddle so furchtbar. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich finde das wirklich schlimm. Bei mir kurz, da bin ich wirklich davor, das immer wieder wegzuschalten. Und dann gucke ich halt trotzdem, weil es einfach das Grauen ist, weil ich dem Grauen ins Gesicht blicken möchte. Ich glaube auch, dass ich es deswegen irgendwie automatisch witzig finde. Weil, also, manche Sachen, die kriegen mich, weil die sind so dumm, die kriegen mich. Und auf der anderen Seite, wenn da irgendwas richtig, richtig scheiße ist, denke ich mir, Mann, das muss gerade Olaf richtig schlimm finden. Und dann finde ich es umso witziger. Sehr schön. Ach ja. Lass mal hier dann zu TLC kommen, bevor wir uns hier komplett in Details verrennen. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir jetzt ein bisschen quatschen, weil erst sechs Matches angekündigt sind und natürlich eigentlich hier und da noch ein bisschen mehr passiert. Ich habe es gerade gesagt, dass es keine Kick-Off-Show bislang gibt. Wir liefern ja auch hin und wieder mal so Prognosen. Was könnte da noch kommen? Deswegen frage ich dich jetzt ja auch, Kai. Es wird ja eine Kick-Off-Show geben. Es wird vielleicht auch noch was anderes auf der Kart geben. Was sind da Kämpfe, die für dich in Frage kommen? Also ich glaube mal zum einen, Matt Riddle gegen Bobby Lashley, das hebt man sich noch auf. Vielleicht für den Rumble. Das sehe ich jetzt hier noch nicht. Da kann man noch die Story ein bisschen weiterspinnen, wenn man das so nennen kann. Was ich aber irgendwie noch hier auf der Kart sehe, auch wenn ich es eigentlich nicht in der Kick-Off-Show haben möchte, weil es dafür für mich persönlich irgendwie zu bedeutend ist, wäre Big E gegen Sami Zayn. Aber das ist halt kein Kick-Off-Show-Match eigentlich. Ja, das ist ein Problem, was ich da eben auch sehe. Aber das ist auch tatsächlich ein Kampf, den ich mir hier noch vorstellen könnte, den wir hier dann eben noch bekommen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir nicht noch irgendwie noch ein Damen-Match irgendwie dazukriegen in irgendeiner Art und Weise, was dann eben vielleicht in der Kick-Off-Show irgendwie da verbraten wird. Vielleicht einfach noch mal Billy gegen Bianca Belair. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, dass man sagt, ja, das war ja per Eye-Poke oder sonst irgendwas, deswegen wollen wir hier nochmal gegeneinander antreten. Big E gegen Sami Zayn kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man das noch einbauen wird. Ansonsten machen wir einfach mal den Rundown der Kart. Wie gesagt, sechs Matches sind da. Fangen wir doch einfach an mit einem Match, was wir gerade eben schon so ein bisschen angeteast haben. Wir bekommen ein Tag-Team-Match um die Raw-Tag-Team-Championship zwischen The New Day, Kofi Kingston und Xavier Woods, gegen das Hurt Business, vertreten durch Cedric Alexander und Shelton Benjamin mit MVP. Ein Match, was schon relativ lange aufgebaut worden ist, auf eine denkbar langweilige Art und Weise, nämlich indem man einfach immer wieder hin und her Matches getradet hat. Mal Sieg hier, mal Sieg da, mal ein Dusty-Finish, wie man so schön sagt. Jetzt bekommen wir hier das Match und die größte Frage, die ich mir hier gestellt habe, war, warum keine Stipulation, Kai? Das ist eine gute Frage, besonders weil wir hatten ja schon ein normales Tag-Match einfach bei Raw, was ja auch irgendwie keinen Sinn macht. Also deswegen, gerade jetzt hier für so ein Pay-Per-View, da muss ja irgendwie so ein bisschen Würze reinbringen. Finde ich gar nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin. Und hier habe ich gerade auch mal aus Spaß nachgeguckt. Und, also wir haben jetzt wirklich, 23.11. war das Tag-Team-Match zwischen den beiden und die Titel, 30.11. Alexander gegen Woods, 17.12. Alexander gegen Kingston, 14.12. Das Hurt Business gegen New Day mit Jeff Hardy. Also, es kam genauso, wie wir es angekündigt haben. Es wurde einfach wieder durchgetauscht. Wenn ich jetzt, sage ich nochmal, bei einem schönen Benjamin reingucke, wird es vielleicht genauso aussehen. Da wurde auch nochmal getauscht. Das ist ein ganz, ganz langweiliger und Maueraufbau. Und auch hier das Match. Ich glaube nicht mal, dass es schlecht wird. Soweit sind es ja zwei vernünftige Teams mit vier vernünftigen Wrestlern insgesamt. Aber das ist insgesamt langweilig. Ja, es wird ein gutes Match werden, wenn es so bleibt. Ich hoffe, dass nach dem Entrance der beiden Teams Adam Pearce rauskommt und wie bei Armageddon 2006 sagt, hey, es ist Weihnachtszeit und wir beschenken unsere Fans an Weihnachten und dann wird das hier noch ein Leiter-Match. Ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, dass das hier nur ein normales Tag-Team-Match wird. Weil A, es ist, in der Geschichte passt es irgendwie nicht zusammen, weil wir dieses Match schon gehabt haben. Und B, es ist freaking TLC. Da möchte ich auch ein Leiter-Match irgendwie auf der Kart haben und nicht nur zwei TLC-Matches. Irgendwas muss da noch kommen, damit dieses Match ein bisschen an Bedeutung gewinnt. Schlechtes Match wird es nicht. Wir haben das auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass die beiden Teams hier richtig gute Kämpfe abgerissen haben. Das sind talentierte Leute. Ich sehe es dann aber hier so, also ich würde mir wünschen, dass wir das Hurt-Business jetzt dann auch mit Gold sehen. Deswegen ist mein Pick hier nach einem bis jetzt normalen Match, dass das Hurt-Business hier gewinnt. Das ist so mein Pick. Und was ist dein Pick? Schwierig, weil das Hurt-Business, das wird ja so ein bisschen angedeutet, hat ja auch so ein paar Probleme mit Cedric Alexander. Ja, das stimmt. Oder mit der Art eines Cedric Alexander. Und die Frage ist jetzt, thematisiert man das jetzt hier durch eine Niederlage? Oder lässt man die erst die Titel holen und merkt dann, oh Mann, der Typ, der hat aber so ein bisschen Höhenflug. Das ist das Schwierige dabei. Ach, komm, mach Hurt-Business. Einfach nur, ja doch, Hurt-Business macht das, glaube ich. Ganz ehrlich, die haben es auch verdient. Die Storys sind alle richtig scheiße aufgebaut und mega langweilig, aber die sind halt wenigstens immer da und machen irgendwas. Ja, und die sind ja auch wirklich ein, ich sag's jetzt mal, funktionierendes Stable an sich. Die sehen halt aus wie ein Stable, sehen nicht aus wie eine Gruppe von Pausenclowns, wie die Retribution. Die treten so auf, die haben coolen Entrins und die sind ja auch alles tentierte Leute. Und irgendwie würde ich denen das jetzt auch gönnen und gerade die Charakterentwicklung, die du jetzt gerade von Cedric Alexander angesprochen hast, da fände ich es eigentlich nur konsequent, dass der jetzt den Titel sich holt und dann sich über alle stellt und da wirklich nicht nur erstrahlt, sondern einfach den anderen auch richtig auf den Sack geht, was dann zu Reibereien innerhalb der Fraktionen führen könnte. Fände ich eine spannende Entwicklung. Die können ja dann auch von mir aus in naher Zukunft aufgrund dieser Entwicklung die Titel wieder verlieren. Aber ich glaube, für den Anfang wäre es nicht schlecht, wenn man das jetzt so lösen würde. Bin gespannt. Glaubst du, wir sehen Retribution irgendwo? Hä, das fragst du jedes Mal. Scheiß! Keine, ey, ganz ehrlich, vielleicht ist es auch einfach in der Kick-Off-Show nochmal irgendwie Mustafa Ali gegen Ricochet oder sowas, ne? Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. So lange, bis dann irgendwie Ricochet beitritt. Sind wir ehrlich, es ist auch im Endeffekt scheißegal, ob wir Retribution sehen oder nicht. Das ist der Runny-Gag des Jahres 2020. So, sehen wir Retribution? Ach, ist auch egal eigentlich. Äh, okay, also hier picken wir beide das Hurt-Business und ich hoffe halt, dass da eine Entwicklung einfach mit reinkommt. Kommen wir zum nächsten Match. Nehmen wir doch einfach mal das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Sasha Banks und Carmella. Carmella ja seit ihrem Comeback hier auf der Jagd nach Saschas Titel, hat sie diverse Male attackiert. Sascha hat auch mal Revanche geleistet. Und jetzt zuletzt gab es ja reichlich Champagnerflaschen-Action. Ähm, da gab's gleich mehrfach die Flasche auf den Hinterkopf, beziehungsweise den Rücken von Sasha Banks. Ähm, ist hier eine Carmella eine valide Herausforderin durch diesen Aufbau für dich? Puh, also ja, also durch das Tamtam, was man so drumherum macht mit, äh, Videopaketen und Special Entrances oder also mit neueren Entrance und nochmal Musik. Und du, dass du merkst, ah, da kommt jetzt grad nicht die Carmella rein, die wir sonst kennen, sondern da kommt jetzt irgendwie jemand Neues, jemand in Anführungsstrichen Frisches, ähm, rein. Und so durch die Art der Darstellung, das ist ja auch alles nicht verkehrt, ähm, nur ich hab halt die Befürchtung. Also dieser Charakter, der ist ja, so, den haben wir schon hundertmal gesehen, ne? Dieser typische Healer sagt, oh, ich hab immer für Leute getanzt und ha, 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 und die fanden mich dann ja doch kacke. Und jetzt macht das ja alles nur für mich. Ähm, nur ich bin halt mal gespannt, wie's dann ist, wenn die Glocke läutet. Weil ab dann wird's, glaub ich, schwierig. Ja, das seh ich eben auch so. Und deswegen wünsch ich mir eigentlich auch, dass hier die Geschichte, ähm, positiv für Sasha Banks ausgeht. Dass sie den Titel noch ein bisschen hält, weil sie natürlich eindeutig die bessere Wrestlerin ist. Ähm, ohne Carmella, da wird's auch nicht schaden, wenn sie jetzt hier die Niederlage einsteckt. Jetzt schon ne Titelwechsel wäre das Dümmste, was man machen kann. Und ich glaube, dass auf ne Sasha Banks, da warten größere Gegnerinnen. Allen voran ne Bianca Belair und von mir aus auch ne Bayley oder irgendwie alle drei. Oder alle vier von mir aus. Also da ist ja bei SmackDown deutlich mehr in der Damen-Division los, als wir das bei Raw beispielsweise sehen. Ähm, Mesh-Technisch erwarte ich mir hier nicht viel. Ich bin aber gespannt drauf, ob wir diese Geschichte mit der Champagnerflasche nochmal irgendwie aufgegriffen sehen. Egal, ob jetzt vielleicht eine Sasha Banks die Contenance verliert und vielleicht selbst eine Carmella hier mit einer Flasche niederschlägt und dadurch disqualifiziert wird. Oder ob Carmella das irgendwie für sich einsetzt. Ob ihr Adjutant noch mit dabei ist und da vielleicht eingreift, vielleicht auch für ein DQ sorgt. Also ich sehe das hier nicht unbedingt als ein cleanes Match oder ein cleanes Finish, was wir hier bekommen, sondern ich befürchte eher, dass das Richtung Disqualifikation von einer der beiden Beteiligten ausgehen wird. Also denkst du, wir bekommen hier einen cleanen Sieg zum Beispiel durchs Bank Statement von Sasha Banks? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man das ganze Programm hier noch so ein bisschen bis zum Rumble zieht und die dann da nochmal aufeinandertreffen lässt. Brauche ich ehrlich gesagt nicht, aber so gerade durch den Carmella-Charakter und hier dieses ganze Champagner hin und her, könnte das schon irgendwie auch Sinn machen, dir da zu sagen, komm, irgendwas passiert da, irgendjemand haut mit irgendwas zu und dann gucken, was passiert. Und was ist hier dein Pick? Auf jeden Fall Sasha Banks. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ein Titelwechsel käme hier viel zu früh, aber ich glaube, man wird auch versuchen, den Carmella-Charakter hier ein bisschen zu schützen, weil sie war ja schon zuletzt nicht unbedingt sehr, sehr dominant, aber schon sehr aggressiv und hinterlistig. Und ich glaube, dass man hier eben nicht den Weg gehen wird und sie schon, dass man sie schon eine cleane Niederlage hier einfahren lässt, sondern ich glaube eher, dass das Richtung DQ gehen wird. Das ist so mein Tipp. Machen wir weiter. Wir haben noch das Match um die WWE Women's Tag Team Championship und da gab es ja auch jetzt einige verheerende Entwicklungen. Nia Jax und Shayna Baszler sollten ja eigentlich auf Asuka und Lana treffen. Ja, und da gab es ja bei Raw das Aufeinandertreffen zwischen Lana und Nia Jax, was Lana ja überraschend gewinnen konnte durch eine Aktion, die Rusev bzw. Miro ihr ja beigebracht hat durch dieses Cover. Ich weiß nicht, ob ihr den Tweet gesehen habt. Zwinker, Zwinker. Und danach gab es ja die Attacke von Nia und Shayna gegen Lana. Und ja, es gab den Stomp auf den Arm, es gab die Stomps auf den Knöchel und eine verheerende Verletzung von Lana. Und eine Asuka ist zu spät gekommen, um hier ihre Freundin zu retten. Und jetzt ist eine Lana erstmal aus der Show geschrieben. Wir haben noch später auch noch gesehen, dass eine Mandy Rose ist wieder zurück. Wie siehst du hier die Entwicklung? Wir haben jetzt erstmal quasi ein Handicap-Match, aber eine Asuka soll eine Tag-Team-Partnerin bekommen. Und wer könnte das sein? Also ich find's erstmal gar nicht so gut, dass man dann eine Lana rausschreibt. Weil, sind wir mal ehrlich, die Story ist jetzt bei weitem nicht geil oder sowas. Du sagst so, Mann, oder? Also da hab ich jetzt drauf gewartet. Ja, hätten sie jetzt einfach sagen können, komm, jetzt die Lana-Geschichte erzählen wir jetzt hier mit durch. Packen's da rein. Ich glaub auch nicht mal, dass Asuka und Lana das Ding hätten gewinnen müssen, obwohl es ja so ein bisschen die Story vollendet hätte. Aber dafür ist dann meiner Meinung nach immer noch Asuka der falsche Partner. Weil die hat eigentlich bessere Sachen zu tun als Lana. Oder als mit Lana Champion zu sein. Zum Beispiel den Raw Women's Championship durch die Gegend tragen. Eben, genau. Oder damit noch tanzen, aber auf jeden Fall ihn nicht verteidigen. Weil warum denn auch? Ähm, ja, also ich hab halt auch so ein bisschen Angst, dass dann jetzt hier Lana dann sagt, oh, ich hab mich ja rausgenommen und jetzt beim Rumble, da krieg ich meinen großen Moment. Oh, und dann rasten alle aus. Glaub ich jetzt eher weniger. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, wer wird Asuka's Partner sein? Du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, eine Mandy Rose wird da irgendwo Sinn machen. Bin ich sogar bei dir. Passt ja zur, ähm, Survivor Series Story. Wo dann eine Mandy Rose verletzt wurde von Nia Jax. Aber, also, das klingt zwar doof, ne? Und, also, die Aussage muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber ohne Lana verliert das Match so noch mehr an Bedeutung. Oder? Ja, na klar. Also, ich mein, die Story ging ja rein um Lana und ihre Geschichte mit Nia Jax und auch Shayna Baszler. Und den, äh, diversen Tisch, Tischspots, die wir hier gesehen haben. Und diversen, äh, Kommentatorenpulten, die ja zu Bruch gegangen sind. Das war die Geschichte. Ähm, klar, es verliert irgendwo an Bedeutung. Und umso merkwürdiger ist es halt, dass man das dann doch so durchzieht. Es gibt ja da mehrere Gerüchte. Also, ich hab auch gelesen, dass man, ähm, 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 dass, ja, ne... Peyton Royce hat sich das zum Beispiel auch angeboten hier als Partner. Und Asuka hat auch gesagt, ja, komm, ab die Post. Ob das dann soweit kommen wird, weiß ich nicht. Auch der Name, äh, Charlotte, äh, schwebt hier so ein bisschen in der Luft. Was ich aber als, äh, verschenktes Potenzial ansehen würde, um sie einfach hier in so ein Match reinzuwerfen. Klar, es ist ein Title-Match. Aber, ähm, wie du schon nicht gesagt hast, die Storyline ist ja eine ganz andere. Und deswegen wird das eigentlich nicht passen. Und ich würde eine Charlotte eher, äh, in einer anderen Position hier lieber sehen. Ähm, nämlich dann auch wirklich als Einzelwrestlerin, die dann vielleicht, ähm, irgendwie langfristig dann wenigstens auf Asuka trifft. Das hatten wir zwar auch schon tausendmal, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist zumindest ein Match, was, äh, wrestlerisch, ähm, einiges hermacht. Ich tippe hier einfach auf Mandy Rhodes. Das ist so meine, meine Idee dahinter. Es wird zur Storyline passen. Ähm, es würde dann eben auch dieses Team Asuka und, ähm, Mandy Rhodes vielleicht dann noch mit Dana Brooke, äh, at Ringside oder so. Das würde ganz gut funktionieren. Und tatsächlich könnte ich mir dann hier eben auch einen Titelwechsel irgendwie vorstellen. Einfach aus dieser Geschichte heraus. Vielleicht sogar, dass Lana dann auch auf Krücken angehumpelt kommt und dann für die, äh, entscheidende Ablenkung sorgt, dass sich dann eben hier die Babyfaces den Titel holen. Also, was erwartest du dann hier von dem Match mal so mit deinem, äh, mit deiner Dream-Partnerin hier ausgesponnen? Boah, also, das klingt zwar doof, aber ehrlich gesagt erwarte ich mir gar nichts. Ähm, ich seh da irgendwie wenig Sinn drin, jetzt auch eine Asuka den Titel gewinnen zu lassen mit egal wem auch immer. Ähm, klar, man kann natürlich den Titel super wertig machen, indem Asuka sagt, ach du, ich hab den jetzt gewonnen, aber hier, Lana, nimm du den doch einfach, den hab ich für dich gewonnen. Ähm, wo dann auch Lana wieder sagt, wie bei Survivor Series, hier, ich bin der Champion, ich hab das geschafft. Ähm, könnte man sich auch irgendwie vorstellen, aber, boah. Also, ich finde schon, eine Mandy Rose macht da irgendwie Sinn, so wie du's gesagt hast. Ähm, und auch so eine Ablenkung von Lana, die da irgendwie runtergehumpelt kommt und schreit und dann irgendwie. Aber ich brauch das doch alles, ehrlich gesagt. Also, das ist echt das Problem. Ähm, ich glaube, dass, ach, naja, Jax und Shayna Basel dann verteidigen und wenn sie dann hier irgendwie Asuka keine Angst wieder an die Seite stellen, dass das dann die Person ist, die den Pin oder die Submission einsteckt. Ja, dann tippen wir unterschiedlich. Ich tippe hier aber auf den Titelwechsel. Du tippst auf eine Titelverteidigung. Ich erwarte mir jetzt auch matchtechnisch hier nicht so megaviel. Also, klar, Asuka und Shayna im Speziellen, glaube ich, die sind da durchaus in der Lage, ein vernünftiges Match auf die Beine zu stellen. Jax ist immer ein Unsicherheitsfaktor, ein Hit-and-Miss-Faktor, den man hier eben haben kann. Und, ja, wie es dann mit der Partnerin aussieht von Asuka, das werden wir dann einfach noch sehen. Unser Pick ist jetzt hier so ein bisschen Mandy Rose, weil's irgendwie Sinn machen könnte. Es kann natürlich auch sein, dass man hier irgendwas Überraschendes aus dem Hut zaubert. Vielleicht kriegen wir eine Io Shirai. Dann haben wir die beiden Champs einfach zusammen, mal so ganz spontan und haben einen großen Moment. Weiß ich nicht. Werden wir sehen, was wir da bekommen. Ich gehe die konservativen Weg und sage, es gibt keine große Überraschung. Wir bekommen eine Mandy Rose. Und Lana greift halt auf anderen Wegen noch ein. Sodass dann auf jeden Fall zum Jahresende die bösen, bösen Bullies hier, Jax und Baszler, noch einen draufbekommen. Ja. Ich glaube, wir kriegen Ronda Rousey. Das wäre ein Hammer. Das wäre ein Hammer. Aber würde man das machen, dann, klar, ich meine, das wäre natürlich noch mal eine Möglichkeit, um hier die Sachen ein bisschen durchzurütteln irgendwo. Aber glaubst du, bei so einem TLC-Ding ... Nee, natürlich nicht. Ich hatte es einfach nur so gesagt. Wir hatten ja auch noch einen Namen, den man hier in den Pott schmeißen könnte. Kai, du alte Gerüchte, Hure. Ja, ich glaube, AJ Lee kommt. Vielleicht wird sie auch Eva Marie. Okay, man weiß es nicht. Jo. Steht auch noch aus. Wir haben noch drei Matches jetzt. Das war schon die Hälfte der Kart, die bis jetzt angekündigt worden ist. Und jetzt sind eigentlich so die großen Matches noch übrig geblieben hier. Und fangen wir doch da vielleicht mit dem, ich nenne es mal, exotischsten Match auf der Kart an. Wir bekommen ein Firefly-Inferno-Match zwischen dem Fiend Bray Wyatt und Randy Orton. Und die Fede zwischen Bray Wyatt und Randy Orton, die geht ja schon ein bisschen zurück. Das geht ja quasi so bis die Wochen nach Hell in a Cell zurück, wo Randy Orton einen Titel gewonnen hat. Und dann der Fiend sich ja so ein bisschen schon auf ihn eingeschossen hat. Wir haben einen Randy Orton gesehen, der gesagt hat, ich kenne deine Schwäche. Und deine Schwäche, also die Schwäche des Fiends, ist eindeutig Alexa Bliss. Wir haben die Momente gehabt mit dem Switch, wo ein Firefly-Funhaus-Bray Wyatt gegen einen Randy Orton angetreten ist. Randy Orton verpasst einen Bray Wyatt in RKO, Will ihn pinnen und dann taucht auf einmal der Fiend auf und verpasst ihm die Mandable Claw. Jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe haben wir Verstecken gesehen. Was ich übrigens ganz cool fand, ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber in einer furchtbar belanglosen Raw-Ausgabe war das eine der wenigen Geschichten, wo ich gesagt hab, ja, das holt mich halt irgendwie ab. Dann mit dem Stuhl und dann eben mit dem Brawl. Und natürlich dann eben auch mit der Tatsache, dass mal wieder hier mit Feuer gezündet worden ist. Das haben wir vom Randy Orton ja schon häufiger gesehen. Auch der Undertaker ist ja schon mal verbrannt worden. Aber hier war es dann eben so, dass aus der Kiste kam dann der Fiend raus, in der vorher der Firefly-Funhaus-White gelandet ist. Und dann gab es wieder den Mandable Claw. Und jetzt muss ich natürlich erst mal fragen, nachdem ich jetzt die ganze lange Geschichte hier so ein bisschen aufgedröselt hab. Kai, Firefly-Inferno-Match. Was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Ring schon irgendwie brennt. Passt ja auch so farbmäßig zu dem Ende des Versteckens und generell zum Auftreten des Fiends. So relativ dunkel, dass das Ding brennt da. Und dann drumherum dann aber vielleicht auch so ein bisschen Firefly-Funhaus-Deko. So von mir aus auch die Puppen und dann Rambling Rabbit und hier Huskys the Pig-Boy oder wie er heißt. Dass die da alle am Start sind. Irgendwie sowas. Also, ich glaub schon, dass das Feuer aber auch hier eher Deko sein wird. Dass man das mal immer irgendwie anteast. Aber dass ein Randy da jetzt nicht wirklich anfängt zu brennen. Und ich glaub auch nicht, dass das Brennen das Match entscheidet. Weil vielleicht sagen sie sogar, wir nehmen uns einen Spot, wo der Fiend Feuer fängt. Und das könnte ich mir vorstellen. Dass ein Bray Wyatt auch sagt, das mach ich. Da hab ich Bock drauf. Irgendwie so, weiß ich nicht, für die Cineastik. Und dann irgendwie so ein Brenner Fiend setzt dann die Mandable Claw an und dann ist es vorbei oder sowas. Weil auch Feuer kann ihn nicht stoppen. Hätte ich ehrlich gesagt nichts gegen. Fände ich ein bisschen cool. Also irgendwie, dass es auf sowas hinausläuft. Und viel Clusterfuck durcheinander. Mehrere Spots. Ähm, auch anders gefilmt als die normalen Matches. Also ich glaub jetzt nicht, das wird einfach nur eins gegen eins. Kamera ist wie immer und hält drauf. Sondern ich kann mir schon vorstellen, dass da gewisse Spots anders in Szene gesetzt werden. Denk ich auch. Ich weiß nicht, ob wir hier ein komplettes Cineastik-Match, irgendwie ein Cinematic-Match bekommen werden. Aber ich glaub auch, dass man hier andere Wege geht. Ich denke auch nicht, dass wir so ein Inferno-Match bekommen, wie das früher mal der Fall gewesen ist. Also wo man dann die Gegner anzünden musste wirklich. Also kennen wir ja zwischen Undertaker und Cain gab's das ja mehrfach. Es gab's auch mit Triple H und Cain. Und auch mit Cain und dem MVP. Der MVP, dessen Hintern sich ja dann angezündet hat. Ich glaube eher, dass wir sowas sehen, wie damals zwischen Cain und Bray Wyatt. Das war nämlich dieses Ring-of-Fire-Match, wo das ja eher so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Deko sein wird. Beziehungsweise Hindernis oder auch Spannungselementen natürlich. Und das ist so meine Idee dahinter. Ich glaub auch, dass das nicht unbedingt im Ring stattfinden muss, sondern vielleicht auch irgendwie in einer anderen Umgebung. Sei es jetzt im Firefly-Fun-House oder irgendwo anderweitig. Und entsprechend wird das eine andere Art von Match werden. Und das Feuer wird eine Rolle spielen. Man wird das auch irgendwie in das Match mit einbinden. Und die Idee, die du gerade eben gehabt hast, dass man das hier als Element benutzt, um den Fiend noch stärker darzustellen, das halte ich für gar nicht mal so abwegig. Ob er jetzt brennen wird? Boah, ich weiß nicht. Ich mein, wir haben erwachseneren Content angesprochen, aber glaubst du nicht, dass das ein bisschen zu heftig wäre? Also klar, dieses Bild von dem Fiend, der dann vielleicht mit seinem brennenden Frack noch die Mandable Claw durchführt, das wär schon krass und auch irgendwie cool. Aber ist das nicht vielleicht auch so ein Sicherheitsrisiko, was man vielleicht nicht mehr eingehen möchte, so kurz vor Weihnachten? Nee, ich glaub, da der Fiend channelt seinen inneren Niki Lauda und zieht das Ding durch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht aktuell ist. Auch mit der Jacke und sowas, da kannst du dann ja irgendwie arbeiten, dass du sagst, ja, wir packen da irgendwie was drunter oder sowas. Und dann hier doch. Ach, der Bray, der macht das. Der brennt noch für seinen Sport. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Oder man lässt auch einen der beiden hier vielleicht irgendwo runterstürzen und dann gibt's irgendwie eine Feuerfontäne oder sonst irgendwas. Sowas erwarte ich da eher, dass man das Feuer eben als Element hier mit einbringt und vielleicht noch so als großen Abschlussspot, dann im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da irgendwie sowas bringt. Aber ich ... Wir zünden da einen Gegner an. Da glaub ich noch nicht so recht dran. Aber ich erwarte hier kein klassisches Wrestling-Match und ich erwarte ehrlich gesagt auch hier kein Wunder, wie schnell es Match. Also, was sind so deine Erwartungen an den Kampf an sich? Also, da ist halt ein Randy Orton drin, ne? Also, deswegen hab ich jetzt eh keine Erwartung an Geschwindigkeit. Ja, und ein Fiend ja auch. Also, ist ja auch nicht so, als ob ein Fiend jetzt der plötzlich der neue, weiß ich nicht, Matt Jackson wäre oder so. Also, ich hoffe da einfach auf eine gut erzählte Story. So, das ist ja ... Also, auch ein Randy Orton, der kann ja auch viel mit seiner Mimik arbeiten und auch mit seiner Gestik. Äh, ein Fiend ja auch. Also, ich hoffe, dass mit dem Match irgendwie dann eine geile Geschichte erzählt wird. Und solange das irgendwie gut ist und auch nicht übertrieben wird, so, ja, wir kloppen jetzt da 40 Minuten rein und, oh, guck mal, dass man sich am Ende denkt, jetzt komm noch mal zum Punkt. Ähm, sondern von mir aus so 20 oder auch vernünftige, gut gefüllte 30 Minuten darf das Ding hier von mir aus schon gehen. Also, das ist immer ehrlich. Das ist halt ein Firefly Inferno, Mensch. Da wird jetzt keine 10 Minuten gehen, ne? Ah, 20, 30 Minuten ist schon verdammt lang. Da wird halt Arbeit drinstecken, ne? Da wird einmal ... Also, wenn du jetzt auch sagst, das findet nicht im Ring statt, dann wird da noch mal durch hier das, wie heißt das, Tropicana Field gelaufen und das. Und dann darf da noch mal jeder irgendwo mit ein bisschen Feuer. Und also, ich glaub schon, dass sie sich da ordentlich Zeit für nehmen. Ah, 20 Minuten wäre so mein Höchstmaß, was ich hier sehen möchte. Ich sag, 30 Minuten fände ich schon ein bisschen krass. Also, ich erwarte mir keinen wrestlerischen Leckerbissen, sondern, wie du schon gesagt hast, das wird ein Story-Match werden. Es wird viel Gebrawle werden. Es wird viele Gesten, viel Mimik von Randy Orton und viel Lauern und viel Aufbau wahrscheinlich auch hier und da sein werden. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, wir werden wahrscheinlich auch noch die kleinen Puppen hier irgendwie dann zum Einsatz kommen sehen. Es ist eine Wundertüte. Ich glaube, das ist auch ein Match, da werden sich, das wage ich jetzt schon mal zu prognostizieren, ich glaub, da werden sich die Geister dran scheiden. Wahrscheinlich gibt's die einen, die sagen, ich fand das mega unterhaltsam und ich fand das, was da gezeigt worden ist, irgendwie spannend und interessant. Und andere werden wahrscheinlich sagen, das war der größte Blödsinn und langweiliger, langsamer Kram, den ich seit Langem gesehen habe. Das weiß man bei WWE wahrscheinlich auch, dass man hier dann, egal in welche Richtung man das dreht, nicht nur sich Freunde machen wird. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich davon halten soll. Normalerweise habe ich jetzt, ja, es ist was Neues, es ist was anderes, aber die Cinematic-Matches zwischen Bray Wyatt und einem Randy Orton waren nicht wirklich gut, wenn man ehrlich ist. Ach so, ja gut, die mit Braun auch nicht. Ich dachte, du meintest die auch noch. Ja, auch die waren nicht besonders gut. Also, Randy hat da nicht gerade den besten Track-Record. Insofern bin ich da echt ein bisschen skeptisch und hare mal der Dinge, die da kommen, bereite mich aber auf das Schlimmste vor. Sagen wir es einfach mal so. Naja, dein Pick, wer gewinnt hier? Der Fiend. Ja. Also, Randy Orton muss das nicht gewinnen. Nee, Ansatz, ja, ja. Ach, komm, ich, ähm, ja, komm, ich sag auch mal, der Fiend. Der braucht das nicht. Und das wollen wir auch alle nicht haben. Ich weiß, andere, das wäre jetzt natürlich die nächste große Niederlage, nach dem Titelverlust. Ja, es ist aber auch immer noch Randy Orton, ne? So, der Mann ist irgendwie, weiß ich nicht, fast 40. Den kannst du auch nächste Woche wieder in ein Man-Event schmeißen und alle sagen, so, ja gut, es ist halt Randy Orton. Der pantet dann einfach den Fiend irgendwie ins nächste Jahrhundert und gut ist. Ja, aber der pantet den Fiend ins Feuer und dann ist Schluss mit Schönschreiben. Auch das ist durchaus möglich. Ähm, ich tippe auch einfach mal hier auf den Fiend und, äh, ja, wir werden sehen, wir werden sehen, was da passiert. Andererseits, ich tue mich da bei dem Match echt schwer. Ich tue mich da wirklich schwer, äh, mir da ein Ende auszudenken. Ich glaub, ne, warte mal, ich ändere meine Meinung. Ich glaub, ich geh mit Randy Orton hier. Ich glaube, dass es irgendwie eine Möglichkeit geben wird, den Fiend hier feuertechnisch zu entsorgen, ähm, dass er trotzdem in der Nachhinein stark aussehen kann, während das bei Randy Orton eher nicht so möglich ist. Deswegen geh ich hier mit dem Fiend, äh, mit Randy Orton. So, zwei Matches haben wir noch. Zweimal TLC. Fangen wir erst mal an mit dem, äh, TLC-Match um die WWE-Championship zwischen Drew McIntyre und AJ Styles. Da hat man ja den Aufbau auch denkbar, ähm, ich sag's mal, einfach gestaltet. Einfaches Nambu-Bum-Contender-Match, was wir dann gehabt haben, aus diesen, äh, Qualifying-Matches heraus. AJ Styles hat das Ding gewonnen. Und jetzt zuletzt konnte in AJ Styles sich dann auch, ja, gerade mit der Hilfe von Miss & Morrison natürlich auch hier diverse Male den Vorteil verschaffen gegen den Drew McIntyre. Und deswegen, das ist eigentlich hier die interessante Frage. Werden wir bei diesem Match einen, äh, Miss sehen, der vielleicht einkasht? Werden wir, äh, Miss & Morrison sehen, die hier eingreifen? Bekommen wir vielleicht im schlimmsten Fall so was wie ein 4-on-1-Handicap-Match? Also, ein Omos ist ja auch noch mit dabei auf der Seite von AJ Styles. Was ist hier für dich die Match-Geschichte, die du dir erwartest? Gut, erstmal ist der AJ Styles sowieso nur so ein bisschen die, das, das, äh, der Notgeräte, ja, ähm, weil er sollte ja laut Gerüchten eigentlich Braun Strowman werden, der dann aber doch vieser verletzt war als eigentlich gedacht. Genau, am Kniepult, ne? Genau. Wenn du jetzt mal daran logisch an das Ding hier dran gehst, ne? TLC-Match. Drew McIntyre, Champion, guter Typ. Vielleicht noch mit deinem Freund Sheamus und einem guten Schwert. Ähm, gegen... Und vielleicht auch dem Jahr 2021. Genau, und dem Jahr 2021, 2021 aus dem tollen Trailer, wo das dann auch noch kommt, wir zusammen feiern am Ende. Vielleicht ist das unser Closing-Shot von TLC, wo Drew McIntyre mit 2021 feiert. Also, wer's noch nicht gesehen hat, schaut euch mal die aktuelle Episode von SmackDown an. Und da gibt's die Holiday Wishes von, ähm, WWE, äh, wo dann diverse WWE-Superstars das Jahr 2020 verabschieden. Das Jahr 2020, was, äh, schleimig ist und grün ist und die schlimmsten CGI-Effekte, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Und dann kommt das Jahr 2021 rein, was aussieht wie aus einer Zahnpasta-Werbung und alles gut macht. Ich glaub, es ist der Impfstoff, wenn du mich fragst. Alter, was man... Wer denkt sich denn sowas aus? Ich hab's mir heute zweimal hintereinander angeguckt, weil ich's nicht fassen konnte. Mehr Adult-Content, sag ich da nur. Übrigens, Adult-Content ist auch einfach ein anderes Wort für Porno. Also, ich sollte sich da irgendeinen anderen Begriff einfallen lassen. Ähm, also jetzt auf jeden Fall faktisch, dann hast du halt da Drew McIntyre mit seinem Schwert und Seamus und auf der anderen Seite eigentlich AJ, Omos, Morrison, Miss. Rein von der Logik her dürfte ein McIntyre das Ding hier gar nicht gewinnen. So, weil, die können ja alle rauskommen, gibt eh keine Regeln, mach, was du willst, ne? Und ich glaube sowieso nicht, dass AJ das Ding hier holt, weil er eben nur der Ersatz für einen Braun Strowman ist. Was eigentlich schade ist, weil AJ unbedingt besser als Braun Strowman ist. Aber egal, das ist eine andere Sache. Ähm, er hatte übrigens sehr viel Spaß mit dieser Weihnachtsgeschichte, die sie da erzählt haben. Und ich hatte verboten viel Spaß mit John Morrison in seinem Braveheart-Outfit. Also, das fand ich sehr witzig, muss ich zugeben. Ich leider auch. Ich hab mich, ich hab vorher die Fotos davon gesehen, dachte mir so, was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann hab ich mir halt angeguckt und gesagt, dann war doch irgendwie witzig. Ja, das hat mich schon bekommen. Was ich mir hier irgendwie vorstellen könnte, auch wenn ich immer noch sage, ich will den Cash-in erst, wenn der Impfstoff reingeballert wurde in die Leute, damit da wieder mehr Stimmung in der Arena ist. Ähm, ich könnt mir trotzdem vorstellen, also, weil, weil halt Cash-in kommt jetzt, um den Aufbau klarzumachen. Ähm, es wär halt auch eine Art einzucashen, wo dann gesagt wird, hier, The Miss, setz den Koffer ein, ist jetzt Teil des Matches, rennt die Leiter hoch, macht den Titel ab, fertig. Weil hatten wir so auch noch nicht. Ja. Ja, aber wär das nicht ein bisschen platt? Klar wär das platt. Aber, also, ich würd auch The Miss wenigstens gönnen, jemandem zu pitten, ne? Ja. Aber es würd ja zeigen, so, oh, guck mal, der Miss, der ist schlau. Ich seh übrigens nicht unbedingt diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Zuschauern und Cash-in, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, weil dann einfach, also, so, also, jeder von uns, außer jetzt vielleicht du, wenn du kein Herz hast, aber jeder guckt sich doch gerne diese, so, die Top-10-Cash-in-Pops auf YouTube an, oder sowas. Und wenn der dann, The Miss da nicht, also, ein Cash-in mit Fans, das ist einfach Gold wert. So, Schimm mal, Frau Rollins hätte bei WrestleMania angecashed, und da wär keiner gewesen. Das wär auch scheiße. Ja, aber bei WrestleMania hattest du zwei Leute im Ring, die die Fans nicht mochten. Und die wollten jemand anders sehen. Und dadurch war Seth Rollins da genau richtig. Und hier ist ja so ... Ja, der Cash-in von, von hier, von, von Sigler war auch geil. Also, jeder Cash-in lebt von einem Pop. Kannst du mir nicht erzählen? Ja, natürlich gibt's da einen Pop, aber ich sag mal, du hast einen geringeren Cash-in, äh, Cash-in-Effekt, muss man so zu sagen, ähm, wenn ein The Miss ihn gegen den Drew McIntyre durchführt, als wenn du ein, äh, also, wenn du einen Champion hast, der gehasst ist, oder vielleicht auch einen Herausforderer, der gehasst ist, und dann eben, äh, einen jemanden hast, der vielleicht beliebt ist. Deswegen, glaub ich, ist das hier nicht so die ganz, ganz große Frage, ehrlich gesagt. Sondern ich glaub, eher geht's dann darum, ähm, ob einen The Miss überhaupt erfolgreich einkashen wird. Ich mein, der eiert jetzt da die ganze Zeit rum, ist aber jetzt auch nicht so absolut gefährlich. Und klar, jetzt ist diese, ähm, Strength by Numbers sozusagen, also diese Übermacht, die wir hier haben, gegen einen Drew McIntyre. Man baut ja einen Drew McIntyre auf. Deswegen, ich kann's mir nicht vorstellen, dass er hier an dem Abend den Titel, äh, schon wieder verliert. Weil es ist ja auch kaum, äh, weiß ich gar nicht, es ist ein Monat her, dass er den Titel hier, äh, gewonnen hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht kriegen wir auch einen, äh, erfolglosen, äh, Cash-In. Und, äh, am Ende steht Drew McIntyre doch mit dem Jahr 2021 da und sagt, yeah, vielleicht kommt's ja doch. So. Äh, ansonsten, was hier das Match angeht, äh, erwarte ich mir sehr, sehr viele Eingriffe. Aber ich erwarte mir auch dazwischen, und ich hoffe, das lässt man den beiden auch durchgehen, ein wirklich gutes Match. Ich möchte dieses Match auch zwischen den beiden sehen, weil Drew McIntyre und AJ Styles, die bringen eigentlich alle Voraussetzungen mit, dass das hier eine richtig unterhaltsame Angelegenheit werden kann. Und die sind auch in der Lage und bereit dafür, diese Utensilien, die so ein TLC-Match bietet, die entsprechend einzusetzen. Und wir haben zum Beispiel gesehen, wie gut einen AJ Styles mit einem Roman Reigns vor ein paar Jahren gearbeitet hat in dieser Art von Match. Ich hab halt ein bisschen Angst, dass es dann irgendwie durch die Story-Gegebenheiten so ist, dass ein Drew McIntyre ein AJ einfach nur so durch den Ring ragdollt. Dann wird er mal durch den Tisch geworfen, wird er mit dem Stuhl beschmissen, dann wird er nochmal draufgehauen. Drew McIntyre ist relativ cool, lacht dabei, schmeißt einen AJ in der Leiter. Also da hab ich halt gar keinen Bock drauf, ne? Ich glaub, dass wir so Phasen bekommen und ich glaub, dass wir dann die Eingriffe bekommen werden. Ja, aber ich wäre dann einfach auch gerne, dass ich mal sehe, so zehn Minuten die Bände gegeneinander in einem vernünftigen Match. Genau, aber ich glaub, das bekommen wir auch. Wir bekommen auch die Phase, wo den AJ Styles sich vielleicht auch mithilfe von Omos oder anderen Tricks hier die Oberhand irgendwie sichern kann und dann auch durchaus in den Drew McIntyre hier die Aktion einsteckt. Deswegen, ich möchte nicht nur dieses Story-Money in the Bank drumherum haben, sondern ich möchte auch zwischen den beiden ein gutes Match sehen. Weil die beiden können das, die sind in der Lage, das abzuliefern und das ist für mich eine frische Paarung und auch wenn der Aufbau wirklich jetzt nicht besonders gewesen ist, ich mein, das war Raw, Raw war die letzten Wochen wirklich sehr, sehr schwierig nur zu ertragen, das muss man ganz klar so sagen. Trotzdem hab ich Bock auf dieses Match an sich, weil ich die beiden Athleten mag, die dahinter stecken und weil die beiden in der Lage sind, hier ein gutes Match zu bestreiten. Und das erwarte ich mir hier und ich hoffe, dass man genug Feingefühl hat, nicht nur diese Story in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem auch die beiden Wrestler in den Vordergrund zu stellen und das ist das, was ich mir hier wünsche. Glaubst du denn, wir kriegen jetzt die, also das ist ja so mehrstaffelige Frage eigentlich, kriegen wir einen Cash in, kriegen wir einen Titelwechsel, kriegen wir keinen Titelwechsel, kriegen wir einen gescheiterten Cash in? Ich glaube, wir kriegen keinen Cash in. Ich glaube, wir kriegen definitiv keinen Titelwechsel und ich glaube, dass Drew McIntyre verteidigt, weil sich am Ende einfach alle nicht grün sind. So ein bisschen das, wie du es ja auch bei der tollen Weihnachtsgeschichte gemerkt hast. Ja. Das denke ich eben auch. Ich glaube auch, dass es so lange eine Zusammenarbeit gibt, bis quasi es wirklich dann darum geht, wer darf jetzt hier gewinnen? Und ab da bricht es dann zusammen, weil AJ und Miss und Morrison und von Miss auch Omos, weil die alle zu groß Egos haben und die können sich nicht einigen und jeder will eigentlich irgendwie das Gold haben und am Ende hast du dann quasi zwei Heel-Teams, die sich gegeneinander anstarren und sich nicht mögen und Drew McIntyre, weißt du, der hat große Füße, der Klemmer hat einfach alle vier weg. So, in einem Rutsch. Und da, Sheamus ist natürlich auch noch, kann natürlich auch noch mit dabei sein, der auch noch damit eingreift. Ähm, wer weiß, ähm, gibt's jede Menge Möglichkeiten, auch, dass ein Sheamus vielleicht nicht ganz nur der Best Buddy von einem Drew McIntyre ist, sondern vielleicht auch in eine andere Richtung tendiert. Ich lass wieder alle Heel-Turnen hier, merkst du das schon. Ja, das ist wirklich, ne? Dann splittest du noch den Jude und dann bist du glücklich. Genau, das hab ich doch dieses Jahr schon fast geschafft, Kai. Wenn man ehrlich ist. Wirklich, ne? nee, aber ich rechne hier auch mit der Titelverteidigung von Drew McIntyre, weil es kommt noch viel zu früh, dass hier der Titel wechselt und wie du schon richtig gesagt hast, auch in AJ Styles ist hier noch eher der Ersatzgegner gewesen und diese Geschichte mit The Mist, das kann man auch ruhig noch ein bisschen ziehen und da kann man auch ruhig noch ein bisschen anteasern. Da hat man wenigstens einen roten Faden bei Raw, wenn schon ansonsten alles auseinanderfällt. Deswegen tippe ich hier auch auf Drew McIntyre. Und dann kommen wir zum finalen Match dieser Veranstaltung, vielleicht auch dem Main Event. Werden wir sehen, wie wir das lösen werden, ob hier, also wir sind uns einig, dass eines der TLC-Matches wird Main Event sein, oder? Ja. Und welches ist da deine Wahl? Welches würdest du in Main Event stellen? Boah, das, eigentlich hätte ich es gesagt, so aus Reflex, Roman Reigns gegen Kevin Owens, ne? Aber so gefühlt ist, ähm, ja, ist McIntyre gegen AJ schon die größte, also die, in Anführungsstrichen, größere Story, oder? Ist auf jeden Fall die Story, die halt mehr Möglichkeiten irgendwie bietet, ähm, für Geschichten, hab ich so ein bisschen den Eindruck. Also, ich hab auch drüber nachgedacht und, auch wenn, natürlich Reigns und Owens, äh, aktuell bei SmackDown natürlich bessere Story irgendwie an sich haben, aber so das Match an sich, glaube ich, fühlt sich ein bisschen größer an, tatsächlich. Und ich glaub, das liegt eher daran, dass ein AJ Styles ein besseres Standing in der Vergangenheit gehabt hat als ein Kevin Owens zuletzt. Auch wenn man Owens jetzt nochmal gut aufgebaut hat, hier als, ähm, Never Say Die Babyface. Aber ich glaube eher, dass, also, vom Bauchgefühl her würd ich auch sagen, Roman gegen Owens wird Main Event, aber wenn ich drüber nachdenke, könnte's auch der, das Raw-Match hier sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Finale ist ein Match des Abends. Und das ist dann eben, ähm, der Kampf um die WWE Universal Championship. Es ist ein TLC-Match und es ist Roman Reigns, der Champion, gegen einen Kevin Owens. Kevin Owens ist ja auch hier so ein bisschen zum Titelmatch gekommen, äh, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ähm, es gab, äh, vor allem die, die Konfrontation hier mit Jey Uso. Wir haben einen, ähm, einen Kevin Owens gehabt, der sich hier in einem Roman Reigns dann auch in den Weg gestellt hat und der dann eben dann auch die entsprechenden, äh, Attacken, äh, kassiert hat und der auch die Familie angegriffen hat, von Roman Reigns. Ähm, einen Kevin Owens, der sehr, sehr schnell dann doch wieder ins, ähm, Main-Event-Picture hier reingerückt wurde. Wie hat dir das gefallen, dass ein Kevin Owens jetzt plötzlich von, von Null auf Hundert gefühlt wieder durchgestartet ist? ich glaube, ich hatte es bei Raw-Cross-Smackdown gesagt, bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, ich fand das ja sehr geil, wie das angefangen hat. Ähm, das war so ein bisschen der Kevin Owens, den man sich wünscht. Das ist so, äh, auch so von der Art her, der asozial, also auch mit, also, dieser provokante Kevin Owens, der auch sehr schön dann unter die Haut von Roman Reigns geht. Also, ich weiß noch, nach dieser ersten Promo, wo dann auch J.U. so auseinandergenommen hat, sich an den, äh, Kopf des Kommentatorenpuls setzt, da war ich voll drin, da hatte ich richtig Bock drauf. Ähm, ich muss sagen, ich mag jetzt auch den Story-Verlauf, den sie weitergenommen hat, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie so gerade gegen Ende ein bisschen flach wurde, wenn ich ehrlich bin. Also, klar, es gab zwar irgendwie immer, ähm, dann nochmal so eine Nuance, da dann auch ein Roman, der dann irgendwie wieder eine gute Promo gehalten hat und dann direkt die Kinder oder die Familie von Kevin Owens anspricht, aber letztendlich war es immer nur, Roman schickt J.U. so irgendwo hin, der schlägt Kevin Owens, Kevin Owens wehrt sich irgendwann, schlägt J.U. so zusammen, Roman Reigns ist enttäuscht, beide halten irgendeine Promo. Ähm, das, also, da fand ich, das Schema war dann zu ausgelutscht, was ich irgendwie schade finde, weil eigentlich ist es ja eine frische Fede, ähm, aber da muss man halt echt aufpassen, dass man nicht immer nur das Gleiche macht. Ähm, ich hab trotzdem Bock auf das Match, ich hoffe auch, dass dann Kevin Owens seinen Versprechungen und Taten folgen lässt, wo er meinte, ja, hier, ich hab meinen Kindern gesagt, die sollen das nicht gucken, aber nicht wegen dem, was du mir antust, sondern was ich dir antun werde, also, ich hoffe schon, dass dann auch so ein bisschen diese persönliche Ebene und Härte dann auch in dieses Match reingenommen wird. Mh, wir haben ja jetzt auch bei Smackdown jetzt zuletzt gesehen, wie da ordentlich mit den, äh, Gerätschaften gearbeitet worden ist und wie es dann die Aktionen hier durch die Tische gegeben hat, sei es jetzt die Powerbomb oder eben auch, äh, den Simone Drop vom, äh, guten Roman Reigns jetzt zuletzt und wo dann auch mit den, was ich übrigens sehr mochte, wo mit den Einzelteilen, mit den Bruchstücken der Tische hier noch aufeinander eingeprügelt worden ist, das fand ich ganz cool und ich bin auch mal gespannt, inwiefern der arme J. Uso hier wieder als, äh, Opferlamm fungieren muss und irgendeinen krassen Bump nehmen muss, weil ich bin mir sicher, dass der eingreifen wird und ich bin mir auch sicher, dass er irgendeinen krassen Sturz nehmen muss anstelle von, äh, Roman Reigns und dass der dann irgendwie da noch eine Rolle spielen wird, weil er war ja auch schon sehr, sehr wichtig hier einfach in der Geschichte und, ja, einen Kevin Owens hat man hier wieder ein ganzes Stück interessanter gemacht, als das der Fall zuvor gewesen ist, wir haben einen Kevin Owens, der sehr aggressiv gewesen ist, aber eben auch wirklich diese typischen Babyface-Charakterzüge an den Tag gelegt hat, eben dieses, ich stecke alles ein und was du mir entgegenwirfst und ich komm dann stärker zurück und, äh, du kannst mir quasi nichts mit anhaben. Auch hier, ich glaub, das wird ein, äh, hartes Match, was wir sehen werden, das sind zwei Männer, die durchaus in diesem, in dieser Art von Match, ähm, gut miteinander funktionieren können. Ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zwiespältig, was so die, die, die In-Ring-Chemie der beiden angeht, ob das wirklich so ein flüssiges Match wird und dann Roman Reigns war zuletzt natürlich eher sehr langsam unterwegs, Kevin Owens, ähm, meandert ja auch immer so ein bisschen zwischen sehr, sehr, sehr energiegeladen und dann eben auch mal hier und da so ein bisschen, äh, nicht sloppy, aber so ein bisschen, vielleicht ein bisschen überambitioniert, sagen wir es einfach mal so. Das kann sehr, sehr gut funktionieren, wie wir es bei WrestleMania gesehen haben, wir haben es aber auch schon andere Matches gesehen von Kevin Owens, die dann eher so ma, ma gewesen sind. Aber trotzdem, grundsätzlich, spannende Konfrontation, die wir hier eben haben und mit den Möglichkeiten, die das TLC-Match bietet, ähm, hast du natürlich auch wirklich die Optionen für, äh, wirklich krasse Aktionen und Stürze, die wir dann hier eben wahrscheinlich auch sehen werden und die auch gerade und die auch gerade in Kevin Owens ja durchaus bereit ist, äh, hier zu kassieren. Jetzt ist die Frage, wie geht das Ding hier aus, Kai? Meine erste Frage ist erstmal, hast du das auch mit der Story ein bisschen empfunden, dass es, also, dass der Anfang irgendwie gut war, aber dann war es doch mehr oder weniger das Gleiche oder ging das jetzt nur mir so, und es ist wieder meckern auf hohem Niveau? Ähm, ich hab auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die dann die Story so ein bisschen von der Intensität zwar auf einem guten Level gewesen ist, aber, ähm, die letzten zwei Wochen waren ja schon recht ähnlich irgendwie und wenn man sich das angeschaut hat, klar, du hast noch immer diesen Roman Reigns gehabt, der dann ja auch mal seinen armen, äh, Adjutanten, Gehilfen, Jey Uso hier einfach mal eine reingedrückt hat, aber das ist nun mal Roman Reigns und seine Tough Love. Grundsätzlich war es ja immer sehr, sehr ähnlich und man wollte natürlich jetzt hier auch einen Kevin Owens vor allem da hinein darstellen, dass er eben all das einstecken kann, was einen Roman Reigns ihm entgegenwirft. War ähnlich, aber, aber ja, es fehlten so ein bisschen die absoluten Ausschläge nach oben, wenn du das meinst. Aber um da eine Frage zu beantworten, ähm, Roman Reigns gewinnt das Ding hier, klar, also, alles andere macht keinen Sinn. Ja, das ist eben auch so das, was, ähm, mich hier so ein bisschen stört, also im Gegensatz zu Drew McIntyre gegen AJ Styles, wobei der durchaus noch diese Unwägbarkeiten haben, ich seh's eben auch nicht so, dass hier einen Kevin Owens in irgendeiner Art und Weise Roman Reigns in Gefahr bringen könnte. Also klar, er wird ihn innerhalb des Matches in Gefahr bringen, aber der Titelwechsel an Kevin Owens, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, wie da momentan die Quoten stehen, aber ich glaube, die sind ähnlich hoch wie auf den Sieg für Schalke, oder? Ich glaube, da sind die Chancen, dass Kevin Owens gewinnen noch höher. Aber warte mal ab, wenn du den Podcast hier morgen hörst, vielleicht ist ja da nochmal drei Punkte drin. Nee, das Ding. Der Zug ist wirklich einfach abgefahren, aber der ist schon siebenmal entgleist. Der ist schon siebenmal durch den Tisch gegangen hier. Ja, aber ich glaube, das ist halt eben das, was diesem Match vielleicht am meisten schadet, dass man eigentlich zwar sich denkt, ja, das wird ein gutes Match, aber zugleich denkt man sich auch, ja gut, Roman Reigns gewinnt das Ding ja eh. Ja, das ist es eben, ne? Und das ist so ein bisschen das Ärgerliche an dem Ding und wir beide tippen ja auf Roman Reigns, das ist jetzt kein Hexenwerk oder so und Kevin Owens wird aber hier garantiert auch dafür sorgen, dass Roman Reigns da sehr, sehr gut aussieht und natürlich ist er auch jemand, der diese neue Heal-Persönlichkeit von Reigns dann sehr gut darstellen kann. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel, was man hier hat und in Kevin Owens kann man dann eben auch entsprechend in Zukunft platzieren und kann man dann auch hier so einsetzen, dass er da in Zukunft dann eben auch noch in diesen Upper Midcard-Regionen und auch mal in den Main-Event-Regionen dann da eben mitspielen kann. So. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Also, da sind so einige Matches dabei, da hab ich irgendwie Bock drauf. Nicht unbedingt, weil der Aufbau so herausragend gewesen ist, aber vor allem, weil die Matches an sich viel versprechen. Kai, was erwartest du dir hier für ein Event und vor allem, wie lang wird das Ding eigentlich? Weil, wie gesagt, wir haben nur sechs Matches bis jetzt. Ja, aber das ist die erste Frage. Also, ich hab, mein Problem ist, Stand jetzt rechne ich mit einem Drei-Stunden-Event, auf dem ich, ganz böse gesprochen, auf anderthalb Stunden keinen Bock hab. Also, mich interessieren die drei großen Matches. Wir wissen beide, oder gehen beide davon aus, da wird noch irgendwas draufgeklatscht, weil, klar, muss ja. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich glaub trotzdem, dass das Technik-Match darauf, damit werd ich dann trotzdem Spaß haben. Also, mit hier New Day gegen Hurt Business, weil, wie wir schon gesagt haben, das sind keine schlechten Wrestler. muss halt aber trotzdem sagen, dass sich dieses Mal mein Hype irgendwie in Grenzen hält für das letzte Event aus dem bösen, grün-glibberigen 2020. Ja. Geht mir ganz ähnlich. Also, ich hab auch Lust auf die beiden TLC-Matches. Ich hab ein bisschen Neugierde auf das Firefly-Inferno-Match und will mal gucken, was daraus wird. Ich erwarte mir da nicht viel von. Ich hoffe, dass es mich trotzdem irgendwie abholt. Die anderen drei Matches sind mir relativ wurscht. Und ich bin aber auch gespannt, ob man sich nicht doch noch eventuell eines Besseren besinnt und hier das Tag-Team-Title-Match dann doch noch in den Ladder-Match umwandelt. Und wir haben übrigens ganz vergessen am Anfang von wegen Kick-Off-Show, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Ziggler und Root gegen die Street Profits nochmal bekommen. Zum 18. Mal, das wär geil, Junge. Ja, hallo, aber jetzt bei SmackDown war's nur mit Griff in die Hose. Äh, an die Hose, nicht in die Hose. Jo, der Penis-Hook. Das wär halt. John Ryan, die Zeiten sind vorbei, mein Freund. Das stimmt. Das ist richtig. Es ist eben der letzte Event des Jahres, der muss noch irgendwie auch vor das BWE-Roster hier irgendwie hinter sich gebracht werden. Und nach den Ratings muss man jetzt hier aber auch trotzdem probieren, irgendwie neue Impulse zu setzen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man dann hier versucht, Storylines ein bisschen anzuschubsen, die dann vielleicht bei Raw oder dann eben auch nochmals bei SmackDown dann eben noch eine Weiterentwicklung nehmen. Mal gucken, ob man da schon die ersten Konsequenzen sieht. Das ist das, was mich interessiert. Und vielleicht sagen wir ja dann am Montag oder beziehungsweise Dienstag, je nachdem, wann der Podcast da online geht, sagen wir dann ja vielleicht, ja Mensch, das war ja doch eigentlich überraschend gut und hat uns dann doch mehr überrascht und abgeholt, als wir uns das gedacht hätten, Kai. Ja, vielleicht. Vielleicht machen wir das. Naja, aber dann sind wir an der Stelle, glaube ich, auch durch hier mit der Preview zu WWE TLC. Ich erwarte mir übrigens auch so einen Event, der so um die drei Stunden geht. Ich brauche jetzt keine dreieinhalb Stunden oder sonst irgendwas, sondern das reicht vollkommen, wenn wir hier bei zwei, drei Viertel, drei Stunden rauskommen für das, was TLC sein möchte. Dann sind wir durch mit der Preview. Kai, möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss? Ähm, ne. Ich bin einfach mal gespannt auf das Firefly Inferno Match und wie hoch Schalke heute verliert. Das fragt man sich jede Woche. Und ja, in dem Sinne, morgen geht's hier weiter mit der kleinen Weihnachtsgala, wo wir dann mit fünf Leuten hier sitzen und über Wrestling und Weihnachten quatschen und auch eigentlich gar nicht so viel über Wrestling reden, sondern auch ganz viel Blödsinn machen. Also, eine Stunde, ähm, wie nennt man das? Freischnauze, Freilauf, Freilauf, irgendwie so in der Richtung. Könnt ihr auch gerne reinhören, freut euch darauf und danach natürlich dann noch die Review zu, ähm, dem, äh, guten WWE-TLC, was wir dann noch anstehen haben. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, wo ihr das gerne machen könnt. Match of the Week haben wir jetzt zuletzt gehabt mit TLC3, ähm, von SmackDown aus dem Jahr 2001. Wir haben in der kommenden Woche, ähm, auch wieder das Magazin am Start. Da werden wir dann wahrscheinlich auch einen Blick auf Wrestle Kingdom werfen. Auch dazu werden wir dann in Zukunft eine Review, ähm, im Supporter-Bereich machen. Und noch ganz, ganz viel anderen Kram und vor allem dann auch das lang angekündigte Watch-Along zu WrestleMania 17 von Kai und Chris. Und ich hab noch nicht reingehört, ich hab auch erst ein bisschen Angst, da reinzuhören. Hätte ich an deiner Stelle auch. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaub, es war im Weihnachtspodcast, wo wir das so toll beworben haben, der Chris und ich, ne? Mit immer dem gleichen Adjektiv. Genau. Es fängt mit A an und hört mit sozial auf. Genau das. Kai, dann war's mir ein Fest und ich würde sagen, wir hören uns dann allerspätestens dann morgen bei der Weihnachtsgala oder bei der Review zu TLC wieder. Mach's gut. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.